Hi liebe Zebra-Fans. Wie ihr seht, ich bin nicht allein hier. Wir haben uns was überlegt für einen guten Zweck, unsere Mützen zu versteigern, wo die Anfrage so groß war. Morgen geht es los bei Zevras Treffen Zevras im Duisburger Hof. Ich freue mich, wenn so viel wie möglich kommen und viel mitbieten, weil es echt für einen guten Zweck ist, das arme Mädchen. Wir wollen helfen, wir probieren alles dafür und ja, bitte kommt. Hallo. Ja, die weiteren Mützen werden bei Facebook versteigert. Das läuft wie folgt ab auf unserer Facebook-Seite vom MSV. Da kommt jeden Tag eine andere Mütze und die kann man dann bieten und der Höchstbietende kriegt die Mütze dann. Und ja, wie gesagt, wie Schorsch schon sagte, ich hoffe, ihr macht alle mit, dass möglichst viel Geld reinkommt und in diesem Sinne, tschüss. Ciao. Ciao.